Dann kommen wir zu einem wichtigen Punkt, liebe Geschwister. Warum sollte ich bereuen und dann praktizieren? Viele, die praktizieren, sind schlimmer als ich. Habt ihr sowas schon mal gehört? Die mit dem Kopftuch ist viel schlimmer als ich, obwohl ich kein Kopftuch habe. Kennt ihr solche Ausreden? Der mit dem Bad, der trinkt Alkohol und so weiter und so fort. Subhanallah. Die Ausreden sind viele von diesen Leuten. Letztendlich wollen sie gar nicht bereuen. Er sagt hier, ich kenne einen, der hat einen Bart, aber er lügt und betrügt. Ich kenne ein Mädchen, die hat ein Kopftuch, aber sie geht mit jedem Jungen in der Schule aus. Hat sogar schon Sinner gemacht. Ich kenne jemanden, der war bei der Hajj, aber letztes Mal habe ich ihn in der Shisha-Bar gesehen, während er Alkohol getrunken hat. Dann sagen wir ihnen, was hat das mit der Hajj zu tun? Was hat das mit den Riten des Islam zu tun? Mit dem Bar, mit dem Hijab und so weiter und so fort. Deswegen, diese Leute, die du kennst, die Jasmin mit dem Kopftuch und Sinner macht, ist nicht unser Beweis in der Religion. Oder der Mann mit dem Bart, der lügt und betrügt, das ist nicht unser Beweis. Nehme dir einen Beweis mit dem Gesandten Mohammed. Sallallahu alaihi wa sallam. Allah azz.w. sagt, im Gesandten Allahs ist dir ein schönes Beispiel gegeben worden. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist der Beweis. Dann fragen wir diese Jasmin, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, a'udhu billah, hasha, zinnah, begangen. Oder wir fragen den Mehmet, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Alkohol getrunken? Oder war der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ungepflegt? Bitte nimm dir in ihnen ein Beispiel. Nicht an den Leuten. Die Leute sind nicht der Beweis. Und daher, wir alle machen Fehler, liebe Geschwister. Genau daher hat Allah sallallahu alaihi wa sallam,